Hallo zusammen, zurück bei Little Nightmares Shop. Jetzt kommen wir hier mit diesen kleinen Figürchen zusammen. Ich habe nochmal neu gestartet, in der Hoffnung, dass wir das jetzt... Ja, wohl, super. Na, 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 komm. Ich freue mich zurück. Na. Also, das Ding kommt schon wieder zurück, aber nur, wenn man dran hängen bleibt. Ich glaube, wir müssen mit ganz viel Schmackes darüber. Ich habe zu wenig Schwung. Ja, jetzt sieht es doch besser aus. Nee, nicht zurück. Verdammt. Nochmal. Ich bin wieder zurück und das ganze Spiel von vorne. Ups. Okay, und... Irgendwann kriegen wir es ja hin. Voll rüber. Verdammt. Jetzt hängt das Ding da. Geht es zurück? Schauen wir einfach mal, ob es zurück geht. Ich weiß nicht, warum es beim letzten Mal in der Mitte hängen blieb, denn hier ist es ja offensichtlich wieder zurückgerutscht. Okay. Okay, nochmal. Und... Mann, oh, fast... Jetzt aber... So, wo ist denn jetzt dieser Wichtel, der hier stand? Hallo. Der ist weg. Ich bin jetzt da trotzdem irgendwie ran. Wahrscheinlich hier mit... Mit Anlauf. Vielleicht brauche ich den da ja gar nicht. Hops. Ja, brauche ich nicht. Da ist er. Okay. Komm her, kleiner Wichtel. Jetzt geht die Jagd wieder los hier. Komm her. Jetzt habe ich dich. Ich will dir doch gar nichts Böses. Das war das kleine Mädel, das euch gefressen hat. Okay, jetzt habe ich hier ganz viele von diesen kleinen Wichtelchen. Ich habe zwar noch keinen Plan, wofür das hier alles gerade war. So, wir schieben das mal eher jetzt hier, anstatt das zu ziehen. Und los geht's. Leute, alle mit anfassen hier. Kommt. Kommt. Wir beide auch da hinten. Na, sagt mal. Was ist denn los, ihr faulen Wichtel? Ja, jetzt kommt er mir hinterher, oder was? Na, los. Kommt. Jetzt wird angefasst hier und gearbeitet. Nicht rumrennen. Mithelfen. Lass. 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 Hier schieben und schieben und schieben und schieben. Geschafft. Geschafft. Ja. Hm. Jetzt geht hier allerdings die Tür nicht auf. Kommt man da oben durch das Fenster? Oder kann ich da einen Wichtel hochschmeißen? Komm mal her. Nee, komm mal her. Oh, was ist mit dem hier? Der Zittert. Komm mal her. Hier zitter ich auch. Nee. Komm her. Ich will dich da raufschmeißen auf den Wagen. Nee. Hallo. Kommt doch mal her. So. Jetzt geht ihr da auf den Wagen drauf. Die wollen nicht. Okay. Nee. Kann ich da irgendwie durch oder so? Vielleicht nicht. Nee. Aber wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Gibt es hier irgendwo hoch? Kann ich den vielleicht? Komm mal her. Nee, da hält er sich nicht fest. Komm doch mal her. Schmeiß dich da jetzt hoch. Das sind so eine Fingerabdrücke. Hm. Komm doch mal her. Hier seht ihr, da oben ist eine Luke. Wie komme ich da jetzt hin? Nee. Wollen wir nicht auf den Tisch? Aber hier bin ich beim letzten Mal schon nicht hochgekommen. Hä? Da ist ein Hammer. Da müssen wir hin irgendwie. Der hält sich nicht fest, ne. Okay. Ich irgendwie versuche, von hier da ranzukommen. Auch nicht. Das ist der olle Müllschacht, durch den wir durchgefallen sind, bei der Flucht vor diesem ollen Vieh. Äh, da ist das. Aber, äh, da ist ja nichts um da oben. Ich kann das nochmal nachprüfen, aber ich glaube, da war nichts weiter. Ich komme ja jetzt sowieso nicht mehr auf die andere Seite. Nee, das geht ja nicht mehr. Ups. Oder, vielleicht habe ich den Wagen einfach nur zu weit nach vorne geschoben, wenn ich den Wagen jetzt vor das Regal stelle. So, stopp. Ein Stück da lang. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt klettere. Nee. Oder bin ich nur einfach daneben gesprungen? Kann natürlich auch sein. Ja. Ich bin nur daneben gesprungen. Okay. Also hier hoch. Alles klar. Ups. Aha. Hallo. Wo ist Nummer 3? Einer fehlt. Wo ist Nummer 3? Da ist er. Komm mit. Was hast du denn? Komm her. Du kommst jetzt mit wieder. Komm. Du kannst doch nicht einfach hier stehen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass ich da eine Hilfe brauche. Los. Sei nicht so faul. Komm mit. Oh oh. Gleich geht's. Ich kann hier irgendwie noch weiterschieben. Wahrscheinlich nicht. Oder doch. Nee. Gehen wir aus dem Weg. Ja. Hallo. Wo ist die? Guck mal hier. Nee. Da sind ja die Schienen zu Ende. Ja. Aber irgendeine Bewandtnis muss das doch haben, dass er jetzt hier ist. Oder war der nur zum Zurückkommen gedacht? So. Ihr bleibt jetzt mal schön hier drauf stehen. Ich hab ne Idee, wie ich euch da wieder... Nee. Wie ich euch hier wegkriege. Braucht bestimmt mehr Wichtel. Deshalb war diese ganze Aktion jetzt hier... Oh Gott. Ah. Die Leiter nicht gegriffen. Ich hab ne Idee, wie ich euch da wieder wegkriege. Ich hab ne Idee, wie ich euch da wieder wegkriege. Ich hab ne Idee, wie ich euch da wieder wegkriege. Ihr bleibt da mal schön drauf stehen. Komm. Jetzt aber. Ja. Das ist nämlich dieser Raum, wo man an diesem Hebel zieht, wo die Kohle durchgefallen ist. Und die stehen jetzt alle schön auf dieser Plattform. Komm. Na. So nicht. Schabup. Hallo. Kommt mal mit. Es sind noch ein paar von euch. Weil ich immer noch nicht genau weiß, wofür wir hier den Ofen anfeuern. Wo soll das hier wohl, äh... Wo soll das hier wohl, äh... Wo soll das hier wohl, äh... Ich mach' hier wohl durch? Was soll der hier irgendwo durch? Ist der im Ofen rein der Land? Gott... Selbst im rot beim Wichtel. Oder kann ich die Tür auch mal an? Komm her. Komm her. Komm her. nicht immer alle weg hier von mir. Super. So, da unten steckt auch einer fest. Komm her. Nee, komm raus da. So, komm her. Passt dir mal an. Kann ich den? Ja. So. Komm her. Lass dich knuddeln. Kann mir vorstellen, ich brauche eure Hilfe. Noch. So. Nee. Ich wollte die Leiter hoch. Jetzt denke ich mir nur davor. Ja, geht. Kommen die mit? Nee, die bleiben da stehen. Da ist ein Hebel. Hier auch. Aber an den komme ich auf jeden Fall nicht ran. Dafür bin ich zu klein. Hier ist ein kleines Ja, da bin ich auch zu klein. Was macht da so eine Geräusche? Wenn ich da rüber laufe. meiner liegt an Bunkel hier. Oh oh. Da ist doch was. Was passiert da jetzt? Kommt da jetzt wer? Da kommt wer. Oh Gott. Nicht aus. Kommt der da durch? Zurück komme ich ja jetzt nicht. Hm. Da ist doch nur noch. Oh oh. okay er hat uns dunkel verstecken bringt nichts gut er sieht ja eh nichts von daher was soll ich denn jetzt machen da komme ich da doch irgendwie ran komme ich nicht ran die wichtigen sind nicht hinterhergekommen und hier bin ich zu klein okay das ist doch ein Mist man sieht nix oh der kommt nicht hinterher man muss da schon wahrscheinlich irgendwie licht anmachen ja super jetzt sind hier die sicherungen rausgeknallt muss ich hier irgendwie rein muss ich mit den sicherungen irgendwas machen okay und jetzt noch mal daran oder was ich verstehe es nicht wieso fliegt die dann wieder raus ist hier drüben gerade was passiert es wird wahrscheinlich immer noch so dunkel sein hier ja oder sind die verkehrt rum drin kann ich die noch mal rausnehmen ich denke ich werde das mit der sicherung machen vorhin haben wir beide lampen geleuchtet oder jetzt fliegt immer nur die eine raus oder liegt hier drin etwa eine die ich holen muss dann ist hier noch irgendwo der böse onkel jetzt fliegt immer nur die halbite es ist gut du du hier guck du Ich habe so das Dumpfgefühl, wir müssen da irgendwie durch. Und ich weiß nicht, ob wir den Schacht offen haben müssen oder nicht, aber ich mache ihn einfach mal auf. Es sind gerade beide Sicherungen rausgeflogen. Okay, dann macht er es automatisch dort. Okay. Ah, jetzt hat er uns. Ja, er hat uns. Müssen wir bis hier durchrennen? Und dann? Ich nehme die jetzt als Lichtquelle mit. Naja, es hat auch nichts gebracht. Okay. Ha. Ah. Oh, das hat was damit zu tun, dass die eine halt noch brennt und die andere, die... Genau. Ist also vollkommen egal, an welcher Stelle man die jetzt da reinpackt. Ah. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich versuche mich hier noch ein paar Mal. Wenn ich durchgeschafft habe, sehen wir uns wieder. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüssi.